Im düsteren Universum des 41. Jahrtausends gibt es nur Krieg. Die Menschheit steht an der Schwelle des Abgrunds, umgeben von Feinden, die nur Zerstörung bringen. Doch unter diesen Schrecken erhebt sich eine besondere Bedrohung, deren bloße Existenz eine beispielslose Furcht verbreitet. Die Tyranniden, diese außerirdische Rasse, bekannt für ihre unstillbare Gier nach Biomasse, hat in den letzten Jahrhunderten das Imperium der Menschheit ins Chaos gestürzt. Doch hinter den offiziellen Berichten über ihre Ursprünge und Absichten lauert eine Verschwörungstheorie, die selbst die kühnsten Vorstellungen übersteigt. Einige glauben, dass die Tyranniden nicht nur zufällig auf die Galaxie gestoßen sind, sondern dass ihre Ankunft das Ergebnis eines weitreichenden Plans ist, der von den tiefsten und mächtigsten Mächten organisiert wurde. Und falls dir mein Content gefällt, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Denn 70% meiner Zuschauer haben den Kanal noch nicht abonniert. Danke für den Support. Außerdem ist das Ganze hier nur eine Theorie und Headcanon. Bitte die Aussagen nicht auf die Goldwaage legen und einfach ein bisschen Spaß haben. Die Tyranniden sind eine biologische Lebensform, die aus den tiefsten Regionen des intergalaktischen Raums stammt. Sie bewegen sich in gigantischen Schwärmen, die ganze Sternensysteme auslöschen und jede Spur von Leben verschlingen. Offiziell heißt es, dass diese Schwärme aus einer fernen Galaxie stammen, die sie bereits verwüstet haben, bevor sie sich dann auf den Weg zu unserer machten. Doch es gibt Hinweise, die nahelegen, dass ihre Reise durch unsere Galaxie kein Zufall war. Einige Gelehrte und Verschwörungstheoretiker glauben, dass die Tyranniden von einer höheren Macht geleitet werden. Vielleicht sogar von einer Fraktion innerhalb des Imperiums der Menschheit selbst. Diese Theorie besagt, dass eine Gruppe von Machthabern oder Wesenheiten die Tyranniden bewusst in Richtung der Menschheit gelenkt hat. Ihr Ziel, die Zerstörung der bestehenden Ordnung, um Raum für eine neue, noch düstere Ära zu schaffen. Diese Theorie wird von der Tatsache gestützt, dass die Tyranniden auf die direkt am dicht bevölkerten Regionen des Imperiums zusteuern, als ob sie von einem unsichtbaren Finger geleitet werden. Es gibt Hinweise darauf, dass das Imperium möglicherweise mehr über die Tyranniden weiß, als es zugegeben wird. Einige Berichte deuten darauf hin, dass die Inquisition, die geheime und gefürchtete Organisation, die die ketzerischen Einflüsse überwacht bereits vor Jahrhunderten, von der Existenz der Tyranniden wusste. Die Tatsache, dass diese Informationen zurückgehalten wurden, lässt vermuten, dass bestimmte Kreise innerhalb des Imperiums ein Interesse daran haben, die wahre Natur dieser Bedrohung zu verbergen. Einige Theorien gehen sogar so weit zu behaupten, dass die Tyranniden von einer Geheimfraktion innerhalb des Mechanikus manipuliert werden. Diese Fraktionen können Zugriff auf uralte Technologie haben, die es ihnen ermöglichen, die Bewegung der Tyranniden zu beeinflussen oder sogar zu kontrollieren. Solche Behauptungen sind natürlich schwer zu beweisen. Doch die Tatsache, dass die Tyranniden immer wieder auf kritische Welten des Imperiums zusteuern, unterstützt diese Theorie. Die Frage bleibt, warum sollte jemand die Tyranniden nutzen, um das Imperium anzugreifen? Eine mögliche Antwort liegt in der Natur des Chaos selbst. Es wird spekuliert, dass Anhänger des Chaos in den höchsten Rängen des Imperiums sitzen und die Tyranniden als Werkzeug verwenden, um die Menschheit zu schwächen. Diese Theorie deutet darauf hin, dass die Tyranniden ein Katalysator für das endgültige Ende der Menschheit sein könnten. Ein Ende, das die Kräfte des Chaos herbeiführen wollen, um das Universum endgültig in Finsternis zu stürzen. Ein weiterer Aspekt dieser Verschwörungstheorie konzentriert sich auf die spezifischen Bewegungen und Ziele der Schwarmflotten. Die Tyrannidenschwärme scheinen ihre Angriffe auf genau die Welten zu konzentrieren, die für das Imperium von strategischer Bedeutung sind. Diese koordinierte Bewegung wirft Fragen auf. Wie können diese außerirdischen Kreaturen solche gezielten Angriffe durchführen, wenn sie angeblich ohne bewusste Führung agieren? Einige Theorien deuten darauf hin, dass die Schwarmflotten von einer äußeren Kraft geleitet werden. Oder es gibt vorher kleinere Speer. Wer weiß, wer weiß, ich stelle nur Fragen. Diese Kraft könnte die Bewegung der Schwärme steuern und sie zu den verletzlichsten Stellen des Imperiums lenken. Ein weiteres interessantes Detail ist das Auftauchen neuer Schwarmflotten, die aus Richtung kommen, die bisher unberührt von den Tyranniden waren. Einige glauben, dass diese neuen Schwärme das Ergebnis von Experimenten sind, die von einer verborgenen Fraktion innerhalb des Imperiums oder des Mechanikus geführt werden. Diese Theorie wird durch Berichte gestützt, die von ungewöhnlichen experimentellen Technologien sprechen, die in bestimmten Regionen der Galaxis zum Einsatz kommen sollen. Diese Technologien können verwendet worden sein, um die Tyranniden auf bestimmte Ziele zu lenken oder die biologische Struktur der Schwarmflotten zu manipulieren. Eine der schockierendsten Verschwörungstheorien besagt, dass es innerhalb des Imperiums geheime Absprachen mit den Tyranniden gibt. Einige radikale Theoretiker behaupten, dass bestimmte Fraktionen innerhalb des Imperiums heimlich mit den Tyranniden zusammenarbeiten, um gemeinsame Feinde zu besiegen. Diese Behauptungen sind zwar extrem spekulativ, doch es gibt einige Berichte, die darauf hinweisen, dass imperiale Kräfte in bestimmten Schlachten ungewöhnlich gut vorbereitet waren, um gegen die Tyranniden zu kämpfen. Diese Vorbereitungen können auf eine geheime Kommunikation zwischen dem Imperium und den Tyranniden hindeuten, die es dem Imperium ermöglicht hat, Informationen über bevorstehende Angriffe zu erhalten. Natürlich gibt es auch hier keine offiziellen Beweise für solche Absprachen und die meisten innerhalb des Imperiums würden solche Ideen als ketzerisch und absurd abtun. Wie gesagt, ich stelle nur Fragen. Doch die Tatsache, dass einige Schlachten gegen die Tyranniden in der Vergangenheit auf unerklärliche Weise gewonnen wurden, nähert diese Theorie. Wenn es tatsächlich eine solche Allianz gibt, wäre sie ein Verrat von unvorstellbarem Ausmaß. Eine Allianz mit einer Rasse, die nur Zerstörung und Tod bringt, wäre ein direkter Schlag ins Herz des Imperiums und könnte das Ende der Menschheit beschleunigen. Ein zentraler Bestandteil der Verschwörungstheorien rund um die Tyranniden ist der Einfluss des Chaos. Es wird angenommen, dass die dunklen Götter des Chaos der Tyranniden als Werkzeug benutzen könnten, um das Imperium zu zerstören. Diese Theorie wird durch das auffällige Verhalten der Tyranniden in bestimmten Kampagnen unterstützt. In einigen Fällen haben die Schwärme gezielt imperiale Kräfte umgangen, die gegen Chaoskultisten oder dämonische Invasion kämpften. Dies könnte darauf hindeuten, dass die Tyranniden unbewusst oder bewusst mit den Kräften des Chaos zusammenarbeiteten. Ein weiterer Aspekt dieser Theorie bezieht sich auf die Auswirkungen des Warp auf die Tyranniden. Einige glauben, dass die Tyranniden durch den Warp beeinflusst werden und dass ihre Handlungen teilweise von den Mächten des Chaos gesteuert werden. Diese Theorie wird durch Berichte über ungewöhnliche Warp-Aktivitäten in Gebieten gestützt, in denen die Tyranniden besonders aktiv waren. Es wird spekuliert, dass das Chaos die Tyranniden manipuliert um das Imperium zu schwächen und gleichzeitig ihre eigene Macht zu stärken. Und was, wenn das alles wahr ist und nicht nur irgendein Bullshit, den ich mir jetzt hier gerade ausdenke? Die Vorstellung, dass die Tyranniden nicht nur eine unaufhaltsame Naturgewalt sind, sondern auch das Produkt einer tiefen und finsteren Verschwörung hat beunruhigende Implikationen. Wenn diese Theorien wahr sind, bedeutet das, dass das Imperium nicht nur mit einer außerirdischen Bedrohung konfrontiert ist, sondern auch mit einem internen Feind, der es von innen heraus zu zerstören versucht. Diese Erkenntnis könnte die Strategien und Prioritäten des Imperiums grundlegend verändern. Das Vertrauen in die imperialen Institutionen könnte erschüttert werden, wenn sich herausstellt, dass einige von ihnen insgeheim mit den Tyranniden zusammenarbeiten oder zumindest deren Bedrohung bewusst vergrößern. Die Bevölkerung der Makropolwelten, die ohnehin schon unter dem Druck des endlosen Krieges und der imperialen Unterdrückung leidet, könnte in Panik geraten und beginnen, gegen die Herrscher aufzustehen. Auf militärischer Ebene könnte das Imperium gezwungen sein, seine Ressourcen neu zu verteilen, um nicht nur gegen die Tyranniden zu kämpfen, sondern auch gegen die inneren Feinde, die möglicherweise an ihrer Ankunft beteiligt waren. Solche internen Konflikte könnten das Imperium weiter schwächen und die Galaxie für andere Feinde wie Orks, das Chaos und die Necrons verwundbarer machen. Am Ende bleibt die Frage offen. Sind die Tyranniden wirklich eine unkontrollierbare Naturgewalt, die nur auf Zerstörung aus ist? Oder sind sie Teil einer größeren Verschwörung, die das Imperium von innen heraus zerfetzen will? Was auch immer es ist, die Tyranniden sind auf jeden Fall eine Bedrohung. Und ich muss sagen, mir macht so ein Format richtig viel Spaß. Ich weiß, einige Sachen davon kann man wahrscheinlich mit der Lore einfach widerlegen. Deswegen habe ich am Anfang ja gesagt, Headcanon, Verschwörungstheorie. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Wenn euch das Format aber gefällt, dann lasst ihm gerne einen Daumen nach oben da. Da mache ich mehr davon. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen spannenden Tag. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao. Ciao.